Warum, wie geht das dann? Ich fall das. Na ja, das machst du für dich, gell? Und du bist der richtige Kerl dazu, wo das für dich bringt, gell? Jetzt schlaf weiter. Tut mir leid, gell? Wir hängen halt jetzt mit... Ich denke, alle Tage beten, dass du jetzt wieder gesund haben kommst, gell? Ja, gell? Ja, kannst du ruhig auch beten. Der liebe Gott ist immer weiter. Ja. Das ist schön. Das ist lieb, mein Guter. Also, dann schlaf. Schlaf weiter, gell? Ja. Frag mal, ob er ihn will. Danke dir. Tschüss, liebe. Frag mal, ob er ihn will. Bitte. Ruf mal, hallo. Schlepp mal nicht.